Das ist ein Sack, oder? Ich stehe da... Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge, I have Angst. Greaty Bay, Moxine, Ray, Burger... Elementary. Ich habe doch noch einen Schmankerl für euch gefunden. Ich habe mir noch so Maps runtergeladen und ich wusste nicht, dass ich diese Mappe habe. Ach, Teddybären finden. Okay, ich habe keine Lust mehr. Lachende Kinder sind eklig, weil Kinder sind viel gruseliger als... Wenn ein Slenderman auf euch zukommt, okay, aber schaut euch vor, in so einem Gebäude... ...kommt ein Baby auf euch zugekrabbelt, das lachte. Der Kopf dreht sich so... Ich würde zum Slenderman die Arme springen und weinen. Ah, da ist die Teddybär. Ist das ein Teddybär? Ich dachte, es wäre ein Stück von einem Teddybär. There is a Teddybär. You can't hide. Five, six, what's so... Pick up, stick, eat. Das blüht war vorher aber noch nicht, doggel. Slenderman, nein, nein. Slendy? Ich nehme meine Abgezogen durch diesen Gang, der völlig sicher ist, wie man sieht. Okay, okay, okay. Jetzt lesen wir das nochmal, was da steht. Also. Five, six, pick up, sticks, seven, eight... Slenderman! So eine Kackstelle, ich wollte euch doch gerade Angst machen. Ja, nochmal. Das ist ein Sack, oder? Ich stehe da... Ein Teddybär gab von wie viel? Von acht. Gut, ist auch nicht schlecht. Einer von acht ist schon mal besser als keiner von acht, nicht wahr? Das könnte das erste Slenderman-Spiel sein, das wir komplett schaffen. Hier stand da vorne in der Box. Ah, na, Teddybär. So, weh, du schrechst mir jetzt denn da. Ich singe. Five, six, suck at my... Ah, ich meine. Five, six, pick up, sticks, seven, eight, killingsgrade. So, ist das ein Bär? Bist du ein Bär? Teddybär? Help. Na super, wenn ich da jetzt hingehe, werde ich bestimmt in den Anus gekniffen. Help me, please. Oh Gott. BABAM! Oh! Okay, ich kann eben vorbei. Ah, du Sack! Du sackiger Sack! Mein Plan für heute, für das Spiel, oh. Gib mal Lovat. Hör mal zu, hör mal zu, folgendes habe ich mir überlegt. Und zwar... Die Teddybär Nummer one. Dann war da hinten noch einer. Ich weiß, ich weiß, ich kann mir das merken. Könnt ihr euch das auch merken? Slenderman, what are you doing on the playground, Slenderman? Slenderman? Man kann raus. Draußen. Ich wollte gerade sagen, draußen man immer sichert. Das Shitstern ist einfach da. Ich kriege dir Hilfe, ich habe ein Teddybär gefunden. Scheiße, die Kinder haben Pause. Fuck, schnell weg. Also meine Damen und Herren, wir kommen in meinem Kochstudio. Wir kommen heute Slenderman schön durch. Zutaten sind folgende. Ein Slenderman, acht Teddybären und deine Mutter. Zum Würzen der ganzen Geschichte nehmen wir doch einen schönen Kopf. Nehmen wir den, der da gerade liegt. Hervorragend. I will find you and then I will fuck you. Äh, ähm, kill you. Fünf, sechs, sieben, acht. Es fehlen nur noch drei. Hide an eye. Deine Mutter ist ein Ei. Don't touch me. You're so ekelhaft, Slenderman. Slenderman, ihr kennt. Can't hit you. Ja, wie er immer links von mir steht und mich anguckt. Ich finde, Slenderman sollte auf jeden Fall auch was erzählen. Irgendwie so. Slenderman, bist du schon hinter mir? Oh Gott, ich brauche nur noch zwei Teddybären. Er hat mich eingeholt. Hoppe, das ist, aber er darf, er darf noch nicht einfach einholen. Ich will noch eine Runde machen. Da upe, mein Freund, da upe. Hoppala. Twinkle, twinkle, little star, Slenderman, ihr schwummt euch um. Twinkle, twinkle, little star, Slenderman, where you are. Ich mach jetzt einfach, assi, schnell, drehm ich nicht um. Ich schaue nicht zurück. Na, dass immer klar ist hier, nicht wahr? Das dürfte so nicht funktionieren. Ja. Das muss aber eigentlich sein, nicht wahr? Man erschrickt immer kurz, wenn dieser Scheiß zerbricht. Das zerbricht immer so rabiat. Plah! Eigentlich zerbrechen Scheiben geräuschlos, wie jeder weiß. Wir könnten es diesmal wirklich schaffen, wenn uns nicht die Nüsse vorher abfliegen. Haltet die Nüsse fest. Auch die Mädchen, haltet, die bricht fest. Slenderman, ich hab schon fünf Sachen von dir gefunden. Ah, zur Brücke ist er weg, der Kobold. Ja, da steht er, ich hab dich gesehen, Slenderman. Sechs von acht, Slenderman, du hast so verschissen, Mann. Ich weiß nämlich, wo deine Mutter wohnt, Slenderman. Ja, sieben von acht. Gott, bin ich ein, ein Gott. Wo geht's raus? Ah, oh Gott, ist das eklig. Oh nein. Oh no. Ich hab mich verlau... Was ist der Mundständer? Nein, geh weg! Scheiße. Fast geschafft. Scheißegal. Leider kann es jetzt halt mehr weiter zu pimpeln. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ja, ich weiß, ich soll Kaiser Mario weitermachen. Ich weiß es doch. Ich mach Kaiser Mario jetzt weiter. Aber ich raste aus dabei. Ich raste aus und zerbeiß vielleicht das Mikrofon. Gut, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben. Ja, 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 ja.